hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge wir haben hier so ein bisschen die insel gelootet und jetzt machen uns aber fort ich nehme jetzt noch auf dem heimweg bis zum rap mit was man noch mitnehmen können genau die sache mit dem sand und dem ton verstehe ich überhaupt nicht wo unser zeug hingekommen ist deswegen nehme ich jetzt ein bisschen was mit was ich gerade hier finden kann weil ich habe nämlich vor ein koch einen topf so ein koch gelegenheit ja ja koch gelegenheit zu bauen und ja da brauche ich ein bisschen leben für schüsselchen sonst können wir uns kein süppchen machen erst mal gucken was man dann schon kochen können das wesig nämlich nicht und dann ja also jetzt geht es erstmal weiter definitiv geht es jetzt erstmal weiter wartet mal einen ganz kleinen moment ich muss euch gerade mal ins bild fassen irgendwie ist meine kamera nicht richtig keine ahnung was hier nicht richtig ist aber gut so geht's dann will ich gleich mal hier auch wir haben überhaupt kein holz einstecken oder wasser das ist hier ein armes land ist das ein armes land ich ganz ehrlich sagen hier ja ich will auf jeden fall schon gleich mal den anker wissen zack und weg jetzt mal gucken in welche richtung fahren wir denn jetzt eigentlich fahren wir ja wir fahren ja einmal hier hin ja genau die anderen fördern ist es stehen noch hier oben die sollten auch schon runter packen wir das mal hier rein so 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 ich muss echt erstmal gucken hier da ist unser ich wollte es nicht 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 dingens kirchen ich wollte da fahren wir jetzt weg ja ich würde halt moment wieder aus ich würde sagen dann fahren wir mal in die richtung zu der anderen insel die da angezeigt wird und das ist jetzt richtig ja warte ich muss noch mal gucken jo das ist richtig gut da das zeug das musste auch hier in den ofen war doch so oder ja genau haben wir sonst noch irgendwas einstecken jetzt nö 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 dann nehmen wir das mal raus nö raus okay so dann will ich jetzt mal looky looky machen was wir für so einen topf brauchen topf 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 ich nehme an ich dachte doch hier klar kunststoff metallwaren klipper und bolzen also bolzen haben wir hier metallwaren haben wir hier und kunststoff haben wir hier yes huch so ähm wo packen wir das ding denn mal hin das wird langsam eng hier oben das muss ich echt sagen okay wir sind daher hier am kochen erstmal ähm ich pack das teil erstmal hier hin so jetzt muss ich echt mal gucken wo haben wir denn unsere rezepte das habe ich nämlich auch schon alles gehabt aber ich weiß nicht mehr wo ich die hin getan habe wo sind unsere rezepte hingekommen oder habe ich die weil ich das ja neu gemacht habe hier habe ich die vergessen also hier einzubauen was wir da schon hatten explosives pulver jawohl ähm ja das ist natürlich jetzt nicht so prickelnd also das muss ich ganz ehrlich sagen und wenn jetzt da die rezepte fehlen ähm warum 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 jetzt essen wir mal wir hatten nämlich schon einige ähm ja was trinken jetzt 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 habe ich mich darauf gefreut dass wir was kochen können dankeschön gut ich meine gemüsesuppe das kann ich ja klar das kann ich auch ohne rezept kochen ähm wartet mal vier ton wo ist unser sand und wo ist unser ton hingekommen ne komm mal her da halt warte kann die bolzen gleich wieder da rein ist nichts da verstehe ich nicht wartet mal ich nehme das und das mal wie war denn das mit der gemüsesuppe war das so und so und so und so ne müsste es so richtig gewesen sein warte mal ok ich muss das segel mal noch ein bisschen rumdrehen so ok da hinten ist eine kleine insel keine ahnung was das für eine insel ist da hinten jetzt das werden wir käschen ich müsste auch mal die netze leer machen hä habt ihr das gesehen ja so ist es auch wenn man vom boot runter geht und zu weit raus schwimmt wenn man es denn kann wenn der bruise einen lässt wenn man das so eingestellt hat und wenn man dann zu weit weg schwimmt mhm dann läuft man Gefahr dass sein raft äh decade und dann ist fort dann hat man verloren dann braucht man nicht mehr weiter zu spielen das ist dann einfach so so langsam geht das hier nicht mehr auf also äh so langsam müssen wir anfangen und und müssen was mach ich denn nur als ähm müssen wir anfangen und oh das ist eine kleine insel ok ja naja ich dachte eher eine größere insel aber na gut dann ist das eben so dann es ist huch dann ist das jetzt eben eine kleine insel ah ja so wie sieht es denn aus die ist fertig ja ist die suppe fertig yes wir haben eine gemüsesuppe gekocht supergeil äh hier ist unser ton und ich habe das gesucht wie verrückt so gut das muss ja das hier gar nicht rein dann machen wir das so rum mhm und hä wo hab ich das jetzt hingetan da da kommt der sand noch hierher und dann werden wir mal ein paar näpfchen machen neunzehn so das sollte erstmal reichen und dann machen wir die ich muss aufpassen ich muss aufpassen ich muss aufpassen ähm hallo ich wollte da schon hin ach guckt mal das ist ja auch eine relativ große insel oder wie das aussieht weil da ist ja auch ein adler drauf ok denn jetzt lege mal noch ein bisschen drehen dass ich es rumdreht oder habe ich jetzt die die insel habe ich gesehen ist doch egal so ich will mal die näpfchen hier rein tun und den ton dahin und dann will ich mal äh den sand noch mit hier rein tun das gemüse kompott ding kann ich nicht hier dran klatschen dann klatsch ich den hier dran so ich habe ja noch mal sand einstecken so ich denke wir müssen uns noch Pfeile machen was haben wir wie viele Pfeile haben wir denn noch 28 nimm 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 wie gehen Pfeile ne 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 hier steinpfeile blankensteine und kunststoff also mit blanken sind wir nicht so gut bestellt denke ich nicht ne 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 erst mal die blätter weg da komme ich gerade mit dran weil da keine batterien drauf sind möge wo sitzt du denn es ist cool na gut dann ist das jetzt so was wollte ich blätter weg blätter weg machen kunststoff weg steine so wie war das wir brauchen kunststoff wir brauchen steine und wir brauchen planken auch jetzt sitzt sie okay ich denke wir sind jetzt auch nah genug dran runter machen will ich mal steine mal sehen wie wir zurecht kriegen hier okay wir bräuchten noch mal ne kunststoff was ist das denn hier ja aber das sollte erst mal reichen so der bogen ist eigentlich auch noch gut schüppchen haben wir auch dabei falls es da was zu buddeln gibt also den stein noch weg so das holz können wir noch mit dabei tun wieso haben wir hier ne hier gehen wir gehen wir einmal auf jagd Ich bin mal gespannt, ob da auch jetzt ein Schwein drauf ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass es so kleine Inseln gegeben hat, oder? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt wieder hoch. Da können wir den doch schon das erste Mal. Wie cool ist das? Ja, komm nur. Wo kommst du her? Ach, du Highland. Knapp daneben ist auch vorbei. Aber nun gut. Wo, 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 was, 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 meine Herren. Ich hab, ach du Highland. Och, an das Schwein hab ich doch jetzt überhaupt gar nicht gedacht. Wo, 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 oh, hallo. Ähm. Also, ich kann mich wirklich nur auf einen konzentrieren. Das ist ja schlimm gerade. Wo ist es denn? Da. Da. Ich hab ihn nicht. Ja. Oh, jetzt sind wir gleich tot. Jetzt sind wir gleich tot. Oh, nein. Oh, Gott. Ja, mach ich. Ach, herrje. Da, also, bitte, da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Na gut. Ab. Huch. Nein. Ab dafür. So schnell geb ich aber nicht auf. Das, das darf doch nicht wahr sein. Echt nicht. Ja, das ist schon doof, ne? Wenn die Insel so klein ist und dann, äh, ja, dann schiebt sich alles so zusammen und alle sind auf einen Punkt. Okay, wo ist das Schwein? Nicht, dass das jetzt hier oben irgendwo rumeiert. Der Adler? Hallo? Ich hab ihn nicht gesehen. Gut, das müssen wir erstmal nach dem Schwein suchen. Na, das hat ja nun schon ein paar Treffer. Ja. Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Scheiße. Oh, 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 oh. Oh. Komm. Da ist er. Ich zeig dir, wo es lang geht, Junge. Ich zeig dir, wo es lang geht. Wo ist er? Da ist er. Nur das blöde Schwein, das nicht hier hochkommt. Hä? Der war doch gerade hier irgendwo. Ach, da unten ist er. Okay. Okay, okay, okay. Bam, 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 bam. Okay, selber schuld, selber schuld, selber schuld, selber schuld. Ähm, ach, da hinten ist er. Na komm. Fick, 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 fick. Na gut, ich meine, wenn er uns jetzt trifft, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm, weil wir schon wieder ein bisschen nachgeheilt haben. Aber wo ist er denn jetzt schon wieder? Da ist er. Gut. Okay. Alter, der verträgt aber viel. Das ist ja wohl der Hammer, oder? Die haben doch da sicherlich was geändert. Oder ich kann mich einfach nicht dran erinnern. Okay. Oha, wir sind schon längst über die Zeit, aber das muss ich jetzt fertig machen. Das geht ja nun nicht anders. Dann wird die Folge eben ein bisschen länger. Weil so schlimm ist es ja nun auch nicht. Das gibt es doch nicht. Da unten, da unten ist ein Zebra-Lama. Seht ihr das? Und wir haben noch keine Möglichkeit, Tiere zu... Keine Tiere zu zähmen. Schade. Hier bin ich. Komm hierher. Mach mal das Schwein auch noch. Ja genau, komm her. Bäm. Oh, der ist vielleicht groß, oder? Hä? Habe ich jetzt nochmal in den Adler geschossen? Ist das euer Ernst? Wo ist das Schwein jetzt? Oh Gott, oh Gott. Wo ist das Schwein jetzt? Ah! Nö, was? Wo ist es denn? Ach, da unten. Es ist tot. Oh Gott. Okay, wo ist der Adler jetzt? Nee, hier hinten ist der Adler. Nee, der Adler muss da drüben irgendwas sein. Ähm. Den habe ich doch noch nicht eingesammelt. Nee, nee. Ich muss mal hier hoch, sonst sehe ich nichts. Da ist das Schwein gewesen. Hallo? Guckt mal da, Zebra-Lama. Wo ist denn der Adler? Äh, äh, die geht der nach einer Zeit, oder was? Das fände ich ja natürlich jetzt nicht so toll. Hä? Werden wir hier um Drop beschissen, oder was? Der ist nicht mehr da. Tja, das kommt davon, wenn man sich nichts merken kann, wo man was gemacht hat. Ich habe hier oben drauf gestanden, nur klar. Nee, meine Lieben. Der Adler ist nicht mehr da. Schade eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, gut. Wie dem auch sei. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir doch ein Like da, lasst mir ein Kommentar, oder vielleicht auch ein Abo. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Vielen Dank.